Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Morgen ist es endlich soweit, wir empfangen den VfB Stuttgart, doch bis dahin gibt es noch einige Personalfragen und vor allen Dingen eben auch, wer könnte im Sturmzentrum spielen und welche Rolle Kicke Top unser Top-Talent dort spielen könnte, das besprechen wir mal heute. Ansonsten hat Ralf Fährmann mal ein ausführliches Interview gegeben und da auch unter anderem über die Chance auf den Klassenerhalt gesprochen, über Thomas Reis und auch seinem klaren Ziel, langfristig Schalkes Nummer 1 zu bleiben und ansonsten gab es auch nochmal eine klare Ansage für unser Team von Dominik Drexler. All das und mehr haben wir heute bei den aktuellen Schalke News. Und für die, die möglicherweise gestern meine Spieltagsforschung noch nicht gesehen haben, blicken wir nun nochmal ganz kompakt auf unser Personal-Update vor dem Spiel gegen Stuttgart, denn dort hatte Thomas Reis auf der gestrigen PK auf jeden Fall einiges zu verkünden und wir gehen die ganzen Personalien mal durch. Legen wir los mit den Außenverteidigern, denn dort werden uns Cedric Brunner, Thomas Ovejan und Jere Uronen allesamt fehlen. Brunner hatte ja einen Nasenbeinbruch, die ganze Geschichte wurde gerichtet, er wird auch eine Maske bekommen, aber das Spiel gegen Stuttgart kommt auf jeden Fall noch zu früh. Jere Uronen fehlt genauso wie Thomas Ovejan, unsere beiden linken Verteidiger konnten dann auch jeweils gegen Union spielen. Uronen musste ja dort schon ausgewechselt werden, Ovejan hat muskuläre Probleme, da hofft man, dass der nicht länger ausfallen wird. Bei Uronen gibt es wohl durchaus Hoffnung, dass er nicht allzu lange fehlt, aber diese drei werden auf jeden Fall gegen den VfB nicht mit dabei sein können. Thema Innenverteidigung ist auf jeden Fall Sepp Vandenberg nochmal ein Ticken weiter als auch in der Vorwoche. Es reicht aber noch nicht für einen Kaderplatz. Leo Greimel und Henning Matriciani sind auf jeden Fall logischerweise Kaderoptionen. Matriciani sollte eigentlich auch in der zweiten Mannschaft spielen am Mittwoch, wurde aber doch geschont. Greimel hat dort Spielpraxis bekommen, ist auf jeden Fall eine Option für den Kader, ebenso wie Margin Kaminski. Blicken wir ins Mittelfeld, denn dort gab es ja durchaus Fragezeichen bei Tom Kraus und Alex Kral. Beide waren aber gestern wieder ganz normal dabei und sind somit auch logische Möglichkeiten für die Startelf. Tobias Mohr ist auch wieder voll im Training, steht zur Verfügung in den Kader zurückzukehren. Nicht mit dabei sind auf jeden Fall Kuzuki und Skake. Die werden auf jeden Fall fehlen, unsere beiden Flügelspieler. Und somit fehlen uns auf jeden Fall reichlich Spieler. Vor allem auch in der Defensive gibt es ja durchaus Probleme und da hat sich auch mal Thomas Reis drüber geäußert. Es ist so wie es ist. Dafür sind andere Spieler da, die ins Team reindrängen. Wir werden schon Spieler finden, die uns gut zu Gesicht stehen. Man kann auch überlegen, vielleicht mal die Grundordnung umzustellen. Hat Thomas Reis mal so ein bisschen angerissen, dass man natürlich auch mit Dreierkette agieren könnte, wenn man eben etwas mehr Innenverteidiger hat und etwas weniger Flügelspieler. Bei dem Personal, was wir haben, ist das sicherlich eine Option. Da glaube ich allerdings persönlich nicht dran, weil es für mich auch ein bisschen zu viel Umstellung wäre. Ich denke mal, unser Mittelfeld- und Offensivbereich wird sich nicht wirklich großartig verändern. In der Defensive wird es eben dann möglicherweise gleich zwei neue Außenverteidiger geben. Ganz interessant übrigens noch, wenn wir gerade über das Spiel gegen Stuttgart sprechen. Schiedsrichter ist übrigens Dennis Aytekin. Sicherlich mit den Besten, den wir aktuell in Deutschland haben. Und natürlich auch nicht unwichtig, dass wir dort einen wirklich richtig guten Schiedsrichter haben werden. Blicken wir somit voraus auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Und dort gab es von Dominik Drexler gegenüber von Sky nochmal eine klare Aussage und eine klare Zielsetzung für das Match gegen den VfB und auch das darauffolgende Auswärtsspiel beim VfL Bochum. Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir beide Spiele gewinnen, hat unser Mittelfeldspieler nochmal klipp und klar deutlich gemacht. Aktuell haben wir sechs Punkte Rückstand auf Stuttgart oder auch auf Bochum. Und natürlich ist klar, dass wir mit einem Sieg gegen die beiden Mannschaften wieder extrem drin sind im Abstiegskampf. Und natürlich ist auch klar, dass jemand wie Dominik Drexler wichtig ist für unsere Mannschaft, weil er einfach ein Routinier ist, schon sehr, sehr viel erlebt hat. Und er macht auch nochmal klar, dass in solchen Spielen gegen die direkten Konkurrenten auch in erster Linie der Kopf wichtig ist. Trotz aller taktischen Vorgaben des Trainers ist in solchen Spielen entscheidend, wer den Sieg mehr will, wer über das Limit hinausgehen kann. Und ganz interessant gab es dann auch nochmal von Dominik Drexler eine klare Ansage, dass der Druck auf jeden Fall nicht zu hoch ist und dass unsere Mannschaft trotz der Erwartungshaltung auch vollkommen bereit ist für diese Schlüsselspiele. Wer da nicht spielen will oder meint, der Druck ist zu hoch, der hat den Beruf verfehlt. Und ich denke mal, das ist von ihm auf jeden Fall eine klare Ansage, die auch vollkommen richtig so ist. Dominik Drexler wird ja auch möglicherweise wie schon gegen Union Berlin in der Startelf stehen. Ich denke mal, das wäre auch nicht so verkehrt, einfach dort ein Routinier zu haben, der schon sehr viel erlebt hat, der auch eben solche Druckspieler auf Schalke schon kennt. Und ich denke mal, ihn werden wir dann auch am Samstagabend erneut in der Startformation sehen. Und wenn wir im Sturmzentrum in der Startformation sehen, ist sicherlich noch eine große interessante Frage, worüber natürlich auch wir Fans sehr viel diskutieren. Terodde oder frei? Terodde und frei? Keiner von beiden, vielleicht Keke Top, Kenan Karaman, Marius Bülter. Aber es gibt einige Optionen, aber klar ist natürlich auch, wir brauchen Tore. Und logischerweise wird da auch immer wieder Thomas Reis drauf angesprochen. Und auf der gestrigen PK hat er halt nochmal ganz klar gesagt, man muss halt üben, üben, üben. Aber ganz wichtig ist eben auch, dass es viele Einzelgespräche gibt zwischen unserem Trainer und unseren Offensivspielern. Und der ist sozusagen auch so ein bisschen als Psychologe gefordert, weil einfach Tore her müssen. Manchmal ist es Kopfsache. Da ist eine Blockade drin. Es kann sein, dass man zu viel darüber nachdenkt. Man darf nicht verkampfen. Das versuche ich den Spielern zu nehmen. Und ich denke mal, genau das ist auch wirklich wichtig. Auch im Training wurden ja zahlreiche Torschussübungen gemacht. Unsere Videoanalysten haben auch nochmal dabei geholfen, einfach Spielszenen zu entwickeln und zu zeigen, wodurch sich einfach unser Angriffsspiel im besten Falle nochmal weiterentwickeln wird. Und Reis ließ auch gestern wieder offen, ob dann am Ende Simon Terodde oder Michael Frey gegen Stuttgart stürmen werden. Was aber klar ist, ist eine etwas große Überraschung wie Keke Top. Die wird es auf jeden Fall nicht geben. Auch da hat Thomas Reis mal ein bisschen was zu erzählt. Da bin ich auch immer mit Norbert Elgert im Austausch. Wir haben gesagt, wir haben Keke jetzt erstmal die Möglichkeit wieder gegeben, in der A-Jugend ganz normal die Vorbereitung zu machen. Natürlich ist Keke immer wieder im Blickpunkt oder auch im Auge bei uns. Denn natürlich hat Top bei uns in der U19 15 Tore in 15 Spielen gemacht. Trotzdem vertraut Reis erstmal auf diejenigen, die da sind. Er hat ja auch nochmal gesagt, wir wollen es erstmal mit den Jungs aus den eigenen Reihen machen. Und dabei hob er auch nochmal Kenan Karaman hervor, der wohl zuletzt im Training auch wirklich einen guten Eindruck gemacht hat. Und der könnte ja ebenfalls als Mittelstürmer spielen. Ich denke am Ende wird es wieder auf Simon Terodde oder Michael Frey hinauslaufen. Gehe aber auch persönlich stark davon aus, dass Michael Frey erneut den Vorzug erhalten wird. Und grundsätzlich hat sich auch Thomas Reis gegenüber von unserer Vereinswebsite auch nochmal über das nächste Spiel geäußert. Und davon auch hervorgehoben, wie man eben auch da bestehen will. Und er hat auch nochmal gesagt, dass ein möglicher Treffer auf jeden Fall eine Befreiung für unsere Kabettemannschaft sein kann. Und dafür muss man eben auch einfach alles investieren. Aber Reis sagt eben auch, dass er sieht, dass unsere Spieler das auch mit aller Macht tun. Es geht eben darum, sich vor allem auch offensiv in nochmal bessere Abschlusspositionen zu bringen, um eben auch nochmal die Wahrscheinlichkeit eines Tores zu erhöhen. Und das Duell mit dem VfB ist natürlich ein unglaublich wichtiges. Der Druck ist umso größer als vielleicht auch gegen Union Berlin. Aber das sieht Reis auf jeden Fall nicht negativ, ganz im Gegenteil. Es ist super, dass wir uns wieder Druck erarbeitet haben. Denn natürlich weiß er auch um die Bedeutung der Spiele. Wir haben viermal gepunktet und wissen, dass wir zwei Spiele vor der Brust haben, die sehr wichtig sind. Mit diesen beiden Partien haben wir die Möglichkeit, uns wieder ganz dick ins Rennen zu bringen. Das wollen wir ausnutzen. Es gilt, wach zu sein, aggressiv zu sein und unsere Chancen zu nutzen. Und ich denke mal, das fasst auch schon sehr, sehr gut zusammen. Was man von unserer Mannschaft sicherlich erwarten kann, erwarten muss, um dann auch tatsächlich eine Chance zu haben, gegen Stuttgart die sehnsüchtigen und ganz, ganz wichtigen drei Punkte zu holen. Ralf Herrmann ist ja wieder unsere Nummer 1 auf Schalke. Er hat sich seinen Platz im Tor zurückerobert und nun mal gegenüber der Bild-Zeitung sehr ausführlich über verschiedene Themen gesprochen. Und er selber hat auch nochmal klargemacht, dass er durchaus daran geglaubt hat, wieder ins Tor zurückzukehren, weil er einfach weiß, wie es auf Schalke funktioniert, dass es sehr schnell gehen kann. Und er eben auch daran glaubt, wenn man hart trainiert, hat man auch irgendwann das Glück des Tüchtigen. Und genau das hat er eben auch gemacht. Und er hat dann nochmal darüber gesprochen, ob es denn für ihn eine Belastung war, mal wieder aus dem Tor im letzten Jahr zu fliegen und jetzt zurückzukehren. Und da hat er nochmal ganz klar gesagt, man muss lernen, mit der Größe von Schalke umzugehen. Irgendwann kann man sowas an sich abprallen lassen, um sich nur auf sich selbst konzentrieren zu können. Und da hat er nochmal ganz interessant etwas über Alexander Schwolo gesagt. Er ist ein erstklassiger Torwart, der es verdient hat, Bundesliga zu spielen. Ich versuche ihn bestmöglich zu unterstützen. Wir sind ein Torwart-Team. Und das ist auf jeden Fall schön zu hören. Und Ralf Herrmann will auch auf jeden Fall über den Sommer hinaus unsere Nummer 1 bleiben. Er rechnet natürlich damit, dass ein neuer Keeper kommen wird. Aber auch seine Einstellung wird sich nicht ändern. Egal wer kommt, er will sich durchsetzen. Er will die Nummer 1 auf Schalke bleiben. Und er hat auch nochmal klar gemacht, dass man einfach auch als Team aktuell besser verteidigt. Und er auch selber sich wirklich wohl fühlt. Er sich aber auch genauso verhält wie noch in den Jahren zuvor. Und er glaubt eben auch, dass er auf einem ähnlichen Level ist, wie noch vor einigen Jahren. Und auch die Schwächen mit dem Ball am Fuß nicht wirklich wichtig aus seiner Sicht sind. Denn dazu sagt er auch nochmal, oft steckt man in einer Schublade drin, aus der man nicht mehr so schnell rauskommt. Natürlich kann ich mich am Fuß verbessern. Keine Frage. Den perfekten Spieler, wie bei FIFA auf der Playstation, gibt es ohnehin nicht. Und auf die Frage der Bild, ob Schalke den Klassenerhalt packt, gab es von Fährmann eine glasklare Aussage. Klar, natürlich ist die Aufgabe schwer, aber unsere Entwicklung stimmt. Wir treten sehr selbstbewusst für einen Tabellen-18 auf und haben ein Rezept gefunden. Die aktuelle Serie und unsere Fans pushen uns. Sie geben uns viel Kraft, denn sie honorieren, dass wir unser Herz auf dem Platz lassen. Und da ist auch laut Fährmann eine Sache ganz wichtig im Vergleich zum Abstieg vor zwei Jahren. In der Abstiegssaison hatten wir eine spielstarke Mannschaft. Jetzt haben wir elf Fighter auf dem Platz, die es bis zum bitteren Ende kämpfen. Das braucht man im Abstiegskampf. Und ich denke mal, das können wir auch alle unterschreiben. Und von Fährmann gab es auch ein Sonderlob für Thomas Reis. Er hat eine direkte Art, passt als Typ super ins Ruhrgebiet. Auch seine Ansprache ist sehr gut. Wir spielen ein besseres Pressing als in der Hinrunde, gewinnen öfter den Ball und kreieren mehr Chancen. Das haben wir ihm zu verdanken. Und von der Bild-Zeitung gab es auch nochmal eine interessante Frage, ob er denn lieber zwei Pleiten gegen Stuttgart und Bochum und dafür ein Derby-Sieg gegen Dortmund nehmen würde oder sechs Punkte gegen die beiden Gegner und dafür eine Derby-Pleite. Und da wurde Fährmann ganz ehrlich und auch das ist sicherlich richtig. In unserer aktuellen Situation ganz klar, sechs Punkte. Die sind logischerweise deutlich mehr wert als nur drei. Ich glaube aber auch unabhängig von den nächsten Spielen fest daran, dass wir die Klasse halten. Und da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf. Finde es auf jeden Fall gut, dass unsere Mannschaft weiter Zuversicht bleibt. Fährmann hat auch nochmal klar gemacht, dass er über 2025 noch gerne für Schalke spielen würde. Dass er auch bald dann nochmal einen Kuchen backen wird nach dieser skurrieren Geschichte, wenn der Klasse halt gelingt und noch viel mehr machen wird für die Mannschaft und auch sehr, sehr gerne nach der Karriere noch auf Schalke bleiben möchte. Ralf Fährmann ist und bleibt ein Schalker sicherlich schön, auch für uns Fans ihn wieder im Tor zu sehen. Und somit waren das die aktuellen Schalke-News des Tages. Schreibt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf an alle Schalker! Wie an alle Schalke-News zu sehen!